so ich nix ich muss ja auch nach vorne kommen nach vorne mit uns klick mal wie kann man ablegen ganz normal wie es aufgenommen bei mir ist es schön den kopf aufmachen so jetzt habe ich die lampe wieder etwas ja irgendwo nachladen komm stirb munition die ich habe so groß so viel messer stand tot jetzt mal hier wo die gegner sind kopf vielleicht sollten wir den nicht so oft im gesicht schießen weil dann können ja diese köpfe dabei rauskommen dann ging es aber noch rechts entlang ich glaube wenn wir hier rechts angegangen werden wenn wir hier rausgekommen ja toll nix verpasst außer kisten da ist noch eine kiste aber auch nur gold egal ja brauchen wir hier was da liegt da war licht obwohl warte warte hier bei mir ja das war nur ein stein nur ein stein ja was ganz seltenes was ja letztes mal schön noch gesagt wir müssen noch munition sparen sobald einer kommt schießen wir das vergessen wir diese nein die brauche ich muss mich ein dunkler eingeschirren da haben wir die lampe leuchte hier links kann man auch schauen auf munition halten hier wird es aber heller gott sei dank drehen weh 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 oh hoppala nicht mal drehen kannst du ja ich stehe auf dem viereck und ich habe viereck da hätte ich mich jetzt lust lassen müssen aufgespießt das wäre wahrscheinlich wirklich so hinter dir ja ich stehe weiter ne wie komme ich jetzt rein ich glaube das muss ich irgendwie schaffen versuch zu kämpfen wir suchen noch einen schalter hier ich mach dir auf menschen die lampe mit bin durch und rollpunkt jetzt kommen wir jetzt haben wir munition wo von hinten was ist bauthaus freunde not sollten glaube ich die leute kühlen die ganze zeit diese feuer machen ja habe ich ja keine money verschwenden für solche einfachen gegner wenn ich versuche um die abzuschießen so ja ich habe zuerst gedrückt ich sterbe oh nein oh komm ich kann komm mal ich bin tot ich wollte dich gerade heilen war ja in der unerrecken der nähe von dir naja gut was war denn das für ein gegner da schlägt und von oben dieser typ da der immer diese feuerdinger macht gut haben wir ein bisschen mehr geld jetzt 2500 wahnsinn wenn wir trotzdem nichts kaufen kann doch noch ich habe ja zwei heilungen und fertig ich habe zwei heilungen reichen erstmal oder ja müssten du meinst ja auch fertig gut diese schutz wirst du eigentlich einen platz verbrauchen ja was drauf aber dafür macht sie halt weniger nahkampfschaden direkt oben nach oben zielen ja ich habe auch erstmal treffen müssen ja ich habe jetzt schon mal kopflos das ist schön oh Gott ich verklick mich immer nachladen oh 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 ich helfe uns gleich äh heile uns gleich ich muss nachladen ey ja genau da kommt da noch eine last dagers raus oh hey was hat er denn hat jemand irgendwas explosives geworfen ja ich weiß nicht wie viel kommen denn hier noch wenn ich alle munition verschwinde ich dafür ja hinter uns wo kommt der denn ja so ja ich hab der wurde von seinem kumpel getroffen oder keine ahnung ich bin die ganze maschine wert zum ballern ich hab nicht mehr viel money ok die maschine wert zum ballern kriegst du gleich von mir vorsicht vorsicht nimm dir ja mist der da oben muss sterben genau so du solltest mal heilen am besten oder du hast nichts mehr ja ich hab noch eine heilung und du auch eine guck mach ich vorsicht da explodiert gleich was oder auch nicht also während du mal campst ich geb dir mal grad deine maschine wenn wir nie ah ich treffe geil was habe ich dann noch ok nur schrotgewehr money oh ich bin halt wirklich munitionsarm oh da ne ich bin auch nicht noch einer von denen naja jetzt werde ich versuchen nur noch mit dem dem messer zu töten da geht es auf jeden fall hoch ja ich glaube wir müssen halt noch ein bisschen höher um die besser zu treffen ja ich schau mich aber hier noch ein bisschen um oh hi was denn hier ich hab ne blindgranate gefunden hilft uns aber glaube ich auch nicht viel weiter wo ist denn der typ der die ganze zeit rumschießt einer davon ist tot ok hab ich aber keine pistolen schüsse mehr boah nicht sehr viel oh betroffen tot ok gut ein schuss so wie muss das wahnsinn ich hab kaum noch schrot munition aber ich hab genügend schiengewehr munition bohle du kannst dich rot haben hier ok ich hätte auch egoistisch beides nehmen können aber so bin ich nicht obwohl du hast ja noch die schienenpistole die stark ne ja so stark ist sie jetzt auch nicht sie macht relativ wenig schaden hat nur viele schüsse hier gehts hoch wir töten einen am kreis rennen dumm ist ein kraut das sieht eigentlich so aus hier ist das maschinengewehr ja position oder was ja das ist aber irgendwie so ein ein ort wo man äh endgegner wartet schon ein bisschen pistolen man hier haben oh ja brauche ich mal nachladen ist halt so ein großes offenes gebiet ne mhm deswegen dachte ich es kommt jetzt ein endgegner aber wir sind noch in der mitte des kapitels also im zweiten level kapitel 2 kommt jetzt ein level 3 dann der endgegner achso ok zumindest ein stärkerer gegner halt zumindest alles ausgeläuchelt oh kommt wieder was guten takt ey nicht werfen so schießt ja sie ist selbst in die luft gesprengt finde ich gut finde ich auch gut und noch ne nach dem kreis wollen wir mal weiter wenn man die steuern raus hat ist es toll einfach ja oh hi packlich selber packlich selber ups wir rennen da einfach hin so olala ich habe nicht gewusst dass er noch ein dynamit junger ist pass auf die lunte hier ist ein bisschen schrot die ist ein bisschen schrot ja ich muss auch ein bisschen schrot ja ich muss auch ein bisschen schrot nach oben mal weiter nach oben müsste ich eigentlich nach unten gehen eigentlich schon aber das war die mine mine ist fertig brauchen wir jetzt nicht mehr hoffentlich ich mag keine mine für gps oh sieht ein bisschen wie ein weltuntergang aus hm ah ah noch ein halck gerade gut hier was das ist jetzt zum singen oder was uäh gu положern gewehr munition denk dran die dritte wurf ist mir ne die nächste ja eben das ist ein fair aufteil naja deswegen hab ich dir damals auch diese gewehr munition gegeben Ich hab' nen Köpfen, mehr noch nicht. ittet I t I T I T I 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 Ich bin gespannt. Es sieht aus, dass Irving ein Partner hat. Es muss hier sein, was er nicht wollte, dass wir sehen. Was ist das? Schau mal an das. So, so. Aha. Spider-Man kann aus dem Fenster. Oh, Deckung. Ja, draußen würde ich mal sagen, das sind schon Leute, ne? Mhm, habe ich mitbekommen.